Hallo meine YouTube-Abonnenten, heute war der 5000-Abonnenten-Stream von Nordrhein-TV-Play und da habe ich im Euro Truck Simulator 2 Konvoi teilgenommen und das Ganze aufgenommen. Das Ganze könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß! Ansgar, wie geht's deinem Haus so? Ja, sehr lustig, ha ha ha, haben wir alle gelacht wieder. Oh Gott, was ist das? Scheiß. So, den Stream-Schlüssel, ich hoffe nämlich, das ist der richtige Raum. Wer war das jetzt eigentlich? Der hat es eigentlich jetzt zerstört, das will ich jetzt mal wissen. Das war auch für sie nicht, ich wusste nicht, dass er Whidstone hinter der Wand war. Ach so, ja, aber wer war es dann? Ich habe Wut doch gerade gesagt. Ja, ich war es, wer war es dann? Ja, aber ich dachte, du hättest es nur ausgelöst. Nein, eben nicht, das war ein Versehen. Aber wieso warst du überhaupt TNT da eingebaut? Ja, das war doch der Gag. Ja, sehr lustig, ja. Bauen wir mal TNT ein. Sehr lustig. Das war der Gag. Haben wir denn schon wieder Karneval? Ja, das war der Gag. Ja, ich glaube, der Stream-Kiel ist jetzt der richtige, ich glaube, ich hoffe, es ist aber nur noch sagen, nee, dort habe ich nicht gemacht. Das war gar nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war schon alles. Das war schon so. Ich habe das mit Weston-Wahl auf mich nicht richtig. Ich strebe Eigenwerbung. Wer ist schwierig? Modell. Wer ist Modell? Der ist auch hier, der ist auch ein Convoy. Der Modell hat vor sich hin. So, ich bewege mich mal wieder und dann gehe ich nämlich nochmal... Ja, es gibt einige, die auch aufnehmen. Das hat mich sehr gefreut. Ich weiß zwar nicht, wer diesen Kar, ob man es überhaupt verwertbar ist, was man hier aufnimmt, aber... Boah, ich... Liebe Leute, liebe Leute, was ist hier los? Gerade hatte ich noch... Nee, Quatsch. Okay, es hat sich wieder eingefendert. Das hier wird die LKW Crash Car Challenge. Nee, ich... Und wieso stehen hier alle in dritter Reihe? Sie sollen damit aufhören, bitte. Und die Framerate geht langsam runter, je. Obwohl... Wieso knutscht drauf auf meinen Anhänger? Ich? Das ist noch flüssig. Draußen ist 60, in der ist nicht mehr 60. Wieso ist eben nicht mehr 60? Draußen habe ich 60 Frames in 40. Ja, bei mir genauso. Ja, aber ich verstehe. Aber genau der Innenraum, der ist so aufwendig gestaltet. Ohne Überholen, oder? Mit dem Spiegel, das ist schon... Das ist schon eine Leistung. Ja. Wenn wir das mit der zweiten Reihe anfangen, dann wird das ein riesiges Chaos. Wir müssen hintereinander bleiben. Gleich ist die ganze Autobahn zu. Also das ist wirklich wichtig. Wir können auf Reisspur mitfahren. Genau. Und auf der Online-Spur auch noch. Alles muss voll sein. Alter, das wäre eigentlich geil, mal so eine ganze Autobahn-Spur. Nee, eben nicht. Eben nicht. Und, ähm, nicht überholen, oder? Da schaffen die nicht. Fuck, da schaffen die nicht. So, ich bin noch mal kurz, ähm... Ah, ich muss ja eine Sache... Eine Sache ganz wichtig, die muss ich noch nachgucken, bevor ich hier sonst was mache. Hotkeys. Die kommt auch gleich wieder. Genau das muss ich nämlich, das muss ich lehren. Weil das wäre tödlich, wenn ich da drauf drücke und... Fuck, noch 16 Minuten, jetzt muss ich mir langsam echt mal was zu trinken holen. Echt? Ihr seid ja gar nicht gespannt. Was? Einer von euch hat geschrieben, wir sind genau mindestens so gespannt wie ihr. Ich? Oh, Ansgar. Tschüss. Fahr halt mal ein Stück vor Ansgar. 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 Ja, fahr ruhig. Ja, rüber hier, ja. Wenn wir Platz brauchen... Ich fahr mal ein bisschen vor. So, und dann können alle ein bisschen aufrücken. Das ist so eine LKW-Länge, würde ich sagen. Ja, wenn alle aufrücken, kommen wir auch nochmal rein. Du musst noch mindestens... Ja, der eine pennt. Du musst fünf LKW denken davon, ne? Es geht nicht, dass wir zweite Reihe stehen, wir blockieren die auch alle. Du musst fünf LKW nach vorne. Einer pennt. Nochmal aufrücken, alle. Wir wollen fünf LKWs rein. Fischen, ähm... Flau, warte, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Dann sind wir bald schon in Niederlanden, wenn wir jetzt so weiter aufrücken. So, jetzt muss ich aber echt mal kurz noch weg. Tschüss, bis gleich. Und ich wünsche, ich drücke und sage die Daumen. Du musst aber noch kurz auf. Torni, drei Kulen, drei Kuchen, drei Kuchen und drei Kuchen und drei Kuchen, drei Kuchen. Wenn wir irgendwas haben, dann müssen wir können. Nimm den durchrufen, drei Kuchen und drei Kuchen, drei Kuchen und drei Kuchen. Hier ist erst ein Überblick. Und das muss gut sein. E-tilated eigenes Problem. Und der Held, 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 der Held. Er hält alles auf. Alle G". Die Kraft überholen. Neu bringt aber irgendwie nichts, gell? Seid ihr schon unterwegs? Ne, wir rücken gleich auf. Nach der Tagestellung am Standstreifen. Naja. Kommt mal auf, die man da hinten. Nein! Nein! No! Wenn der Server gekickt wurde, wieder drauf zu kommen, oder muss ich mich neu einloggen? Neu einloggen? Leide. Hade. Flo! Halt meinen Platz frei, bitte. Bitte. Naja, der wird zu reinträgern. Schlepp. Ja, scheiße, jetzt habe ich das normale E-T-A-S-Gel... So. Schön abgehalten, ey. Ey, die... Scheiß. Foul. Nö, 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 du musstest du mich Platz lassen. Ey. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Wer fährt denn da mit Lenkrad, wenn ich fragen darf? Ich! Nö, Nö, Nö. Nö, 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 Nö. Der ist Simulator, Let's Play. Ich bin nicht in die Reihe gekommen. Ist Gameplay gerade im PS? Weil die blockiert ja nämlich gerade alles. Gehört der zu uns? Ja. Aber der blockiert ja nämlich alles. Ja, toll. ich würde etwas zur Seite gehen ja das Problem ist da vorne steht einer drinnen und ich kann nicht reinfahren und die man mit meinem Platz weggenommen und vorne steht jemand drin mit dem Sport gleich wieder ja ich stehe hier zweite Reihe geht nicht anders um um das ist ja man scheiße bei diesem Donation Trecker ich muss mich gleich vor uns gestehen die Töne Töne zu übernommen hat sie mich hat eingeparkt was ich muss ein Lenkrad mal neu anmachen kann jetzt einer ist ganz gut warum habt ihr euch auf meinen Platz gestellt wer denn wo wir mussten alle vorrücken sorry ja aber dann lass doch mal Platz frei zum TS naja jetzt kommen wir nicht auf die Weckungsgasse um da ist die Tankstelle denn zumindestens frei die Kräste erholt er Prozent Prozent der Einzelnen da hier ist es noch ein zweiter Konvoi ich weiß ich hab's mitbekommen das wird auf jeden Fall lustig Wortefeld auf dem Platz liegt ein WTL grüßt mich die Karte ich stehe gerade auf der Schnellfahrschwur weil ich weiß dass da halt jetzt nicht Ansgar der ist nicht da denn es und ich wette sind die hin nach der Serie der 10 ist ich wette die haben den Konvoi extra auf den gleichen Weg gelegt wie ihr wie euren ist mir egal 3 10 sieben von der dritte war neun doch und sich fliegt grad schön durch die Welt wo er Prozent Ansgar Ansgar Prozent der Schrift und so im Tee ich hab die gemacht und nein 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 was nein das ist Prozent Wutte vor was passiert um m er wurde das passiert wird egal dass den Hänger da nein das ist doch nicht schön ich habe keine Ahnung was sie gehabt dass sie gar nicht in Hänger da ist brech den Auftrag ab und dann dann vergiss es sei denn in den Köln als er noch um verdichtigen nach Kassel und wir kommen Ehrenkassen vorbeifahren bei Kassel auf die Autobahn drauf mit neuen Auftrag das ist jetzt hier ich habe ich schon ein paar Prozent sechs Jahre und Ende auch anders Amts gg mit F7 Prozent mit 6 Auftrag abbrechen das wird er ziehen Prozent nachzut um und es gehen können wir aber wenn er jetzt hier weg ist dann dann gerät das hier aus der Kontrolle der Voraussetzorten können wir werden gleich weiter gewesen ich stehe jetzt auch glaube ich ganz weit vor euch weil ich hier so gut meinetwegen ich will nicht dass sie die vorliegen wird ausgefahren so alle können auch ein Stück aufschließen wird haben das gleich wieder weg ja das ist es gibt es gibt in die finale fahren über dort neun Minuten verdammt 9 Minuten nur noch scheiße ja ich stelle mich jetzt auf den Grünstreifen und Topf die Sachen ist es auch voll Tengels ergeriert wurden abmünder 10 ist die Stadt noch um 20 1 20 Uhr und die hatte da ein 20 15 gesagt denn es ist auch gut dass die halt 15 Minuten Vorsprung haben eigentlich ja das ist das ist auch gut um und zwar allerdings soll er ein 9 Minuten es geht bei euch ab obwohl stimmt stimmt der Tat der Timer ist äh wieso ist denn der Timer ist der Timer ist ach so der Timer ist hä der Timer ist richtig ja ne aber der ist eben nicht richtig eigentlich oder 8 Minuten 39 bei mir doch ja passt ach doch stimmt stimmt dann ok ne ich hatte gerade irgendwie bei mir stehen grad 10 Sekunden gut wie nach 8 26 bei mir ok das ist mein ganzes Tengels viel Glück vielleicht durchs Wort ja gleich eine Indie wenn das passiert dann in der Hand ich hab die Gewalt über den Schienlern passieren ja auch nicht ich bin der da hat man 10 Minuten die Schöne sind die Schaden machten das ist das sich jetzt ich habe mir gesagt wird also ich nicht aber das steht dort beim Jagdpanther ich habe ein paar Euro da oben auch noch unterbrechen oder nicht die Gäste für mich voll So jetzt lüfte ich noch einmal ganz kurz hier mein Zimmer und dann gucken wir weiter. Sir McRee ist voll, das ist doch nicht euer Ernst. Ja doch. So. Bei mir schon lange. Bei mir schon lange. So Ansgar, Ansgar, komm mal wieder. Langsam. Ja, ich bin wieder da. Ja, genau, wir müssen jetzt mal auch ein paar Sachen machen. Das wird jetzt langsam knapp. Wir gehen jetzt langsam mal in den Admin-Raum. Ja, wir können das machen. Wer nimmt hier das Kommando? Wer hat hier ein bisschen... Ne. Ne. Matt Master ist vermutlich gleich im... Mann Master? Soll Sporter finden und das war so... Dark Master. So, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Und wenn der gerade beschäftigt ist, dann soll mal hier... Wie ist denn gleich? Ja, dann bräuchte ich noch Rechte. Ja, kann ich dir geben. Richtig nicht. Richtig nicht. Richtig nicht. Aber sei vernünftig. Kein Blütschiger. Ja. Nein, du kennst nicht. Ja, das ist ja das Problem. Ja, das ist ja das Problem. Hm. Drogen. 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 Okay, können wir umziehen. Tschüss euch. Ja, da. Tschüss. Bis später. Und dann... Da geht's doch mal wieder. Ich lasse mich nur noch am Job ... Ich auch... Ich möchte auch noch pünktlich auf den Server... Erich Willauer... Ja, was... Erich will... Ich weiße... Oh, jetzt darf ich nicht, jetzt darf ich nicht warum. Schnell weg, 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 weg... wenn sie auch schon mal geschrien dass man nicht mehr drauf kommt naja jetzt ich hab ja ein Führerchen gesagt also war ja irgendwie klar ne? natürlich war das klar hab's gestern am 1.000 noch gescheitert hat für ein Jahr wird schon mehr Alter, wir stehen hier Leute durchgetackt nun geht das ach schon, wenn sie den Key raus noch absteuert, muss ich nicht überauffassen Willkommen zusammen zum unfassbaren 5000 Abonnenten-Stream jetzt geht's los jetzt geht's los du musst auf den Youtube Kanal gehen, ihr habt den falschen Link gepostet wir haben euch sogar endlich das neue Intro gemacht ihr habt so oft gefragt und die Ruhe wird enthüllt wir sehen jetzt leider noch nicht die Reaktion darauf aber ich hoffe es gefällt einigermaßen ihr könnt gerne auch nochmal die Meinung zu dem Intro in die Kommentare schreiben und dürft den Stream natürlich auch gerne auf allen möglichen Social Media Plattformen teilen das soll heute bombastisch werden wir haben einiges vorbereitet wir haben tolle Gewinnspiele wir haben tolle Spiele und haben einen riesigen Konvoi ich weiß nicht ob man den jetzt schon sieht aber es ist unfassbar und wir sind sehr sehr froh dass es bis jetzt zumindest sehr gut geklappt hat ähm und werden dann jetzt gleich losziehen wir lassen uns noch ein bisschen Zeit warten noch ein paar Nachzügler ab ja ja jetzt geht's ja gut ähm Nachzügler genau dann werden wir aufziehen kurz zum Programm die warten jetzt nicht mehr genau der Zeng ist natürlich auch dabei genau ich bin auch mit dabei ähm genau das erste was ihr jetzt vielleicht tun könnt da draußen ihr die uns zuschaut äh ist mit dem Ton an den Nachpunkt passt das so sind wir laut genug versteht man uns klar und deutlich das wäre äh unsere erste Frage quasi an euch ne so geht es hier los ganz klassisch so ja nein werden wir heute die 100 Zuschauer knacken das ist auch noch eine spannende Frage wir haben schon 100 Zuschauer also ja bei mir achso cool habt ihr auch Schwarzbild ähm nein ne ist auch ähm jetzt bin ich mal gespannt ähm geiles Intro vielleicht werde ich alles verfolgen ich glaube wir haben 100 Zuschauer ja alles 106 ja ja aber ich denke es bezieht sich größtenteils auf den Sound also ja 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 jo jo ist der TS online ja der TS ist online ist laut genug alles in Ordnung wunderbar also ich würde sagen das ist ein klares ja das ist ein gutes Startzeichen Ansgar schreit ein bisschen ja gut das hat sich jetzt geändert vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben gesprochen aber wir sind tatsächlich ein bisschen nervös gewesen weil wir sehr viel vorbereitet haben so und das alles natürlich klappen musste und jetzt jetzt kommt der Knüller nachher kann man sagen dass die Runde umgeleuchten ausgehen sollen wie viele Leute da beim Konvoi mit dabei sind und dann noch 100 Zuschauer also es ist wahnsinnig es ist wahnsinnig liebe Leute und äh wir freuen uns so dermaßen den Arsch in die Hose es ist unglaublich also man muss wirklich sagen wir waren beide gerade ziemlich aufgeregt also es ist einfach ja ich bin auch immer noch ein bisschen ja es ist boah Leute es geht jetzt auch an der Tante los aber ich weiß nicht bis wie weit vorne 22.30 Uhr kommt auch der Line Gamer zu uns dann wird gemeinsam der Bausimulator 2015 gespielt ich glaube das wird eine ganz schöne Sache ähm ich freue mich da schon drauf weil er natürlich ja ich sie es gerade und dem könnt ihr dann natürlich auch nochmal tolle Fragen stellen der war auch direkt dabei also der hat gar nicht lange gezögert der hat direkt gesagt 30 Leute sind jetzt hier das finde ich cool so und jetzt guck ich mal kurz das muss ich jetzt auch noch einmal machen bevor wir hier wirklich losfahren das macht der da der Rainer naja ok jetzt mach ich einmal kurz eine Vorbeifahrt hier äh am ganzen Konvoi und es ist wahnsinnig es sind so viele Leute hier leider ein paar Probleme scheinbar der Rainer ja den sehe ich auch gerade ja aber es sind so unglaublich viele Leute das sieht ja echt wachstisch aus also 50 Leute wird hier gerade geschrieben und das glaube ich sogar und dann über 100 Zuschauer also wirklich wir sind wir sind baff das kann man so sagen also 118 Zuschauer jetzt überhaupt ja wir sind baff und äh so also ich würde sagen das sind sogar mehr als 50 ihr seid der Hammer ihr seid reichig die Hölle auf jeden Fall da war ich nicht aber wir haben hier vorgelegt und dann dass er jetzt ist da weiß ich als die Leute die Leute es geht los aber trotzdem viel los okay das ist ja nicht mehr schon wiederum egal das ist doch danach so wird wenn wir jetzt sehen nach was wir alle haben es geht los ganz klar aber dann ist wirklich hier sollen sollen ich das anführen oder ja gerne ja gerne also bei mir legt es richtig ich kann mich einfach so es wird hier hinten es kann es losgehen wird schon gefragt keep moving hier sind scheinbar auch Engländer drunter ey schon mal was hier ist da was los ist hier ist noch ein Konvoi scheinbar also wir wissen jetzt auch gar nicht ja hier sind zwei Konvois aber das finde ich auch finde ich richtig gut also das finde ich gut ja so los geht's oder London scheint überflutet zu sein aber zwei ein paar Leute schon los nach vorne dringeln äh wie war die Zwischenzeit auch schon überflutet gucken wir mal wir waren die Zwischenzeit auch so 121 Zuschauer echt vielen vielen Dank schaffen wir die 200 Zuschauer ja 25 vermutlich muss das noch ein bisschen geteilt werden auf Facebook oder keine Ahnung aber es wäre natürlich unfassbar und wir haben auch wie gesagt tolle Gewinnspiele jedes Spiel das wird spielen wird auch einmal in den Kommentaren verlost das heißt ihr habt tolle Chancen ähm und ja wann wir das machen ich denke mal so in der Mitte des Euro Truck Simulator Konvois wir müssen übrigens in ähm ja irgendwo in der Stadt vielleicht mal einen Werkstatt stopp machen wobei der Konvoi jetzt relativ groß ist das müssen wir uns nochmal überlegen geplant ist das ah nicht die zweite Spur belegen das ist blöd weil wir haben hier gerade mit unter uns der Admin wird ganz schnell böse und äh haben wir ja es ist ein Admin ist ja lustig ja ich mich ich weiß nicht ich finde das nicht gut aber lustig eigentlich kommt wieso ich bin endlich drauf echt jetzt erst ne der hat gerade schon geschrieben irgendwie bla 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 oder fahrt von der Straße wenn ihr nicht fahrt und so und so was geht los und ja 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 du Schaut jetzt zu. Ey, die hast du echt nur nehmst da. Herzlich willkommen. Grüße. Grüße. Wen darf ich denn grüßen? Bester Name jetzt. Vermutlich sogar ein Märchen. Was macht denn hier? Was macht denn hier? Achtung, Achtung. Hier vorne. Achtung. Das heißt, ich bewege mich jetzt mal ganz langsam. Ihr war ein Unfall. Ole hat ein Unfall. Bei uns bewegt sich nichts. Ich kann es nicht fassen. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Da sitzen gerade hundert. Achtung, Achtung, Unfall, Unfall. Gut, sagen wir 130. Aber allein das schon. Oh, der hat mich jetzt so nervig. Ey, fahrt auf jeden Fall. Der fahrt weg, meine letzte Warnung. Wir fahren doch jetzt schon los. Mein Gott, ey. Ganga. Nein, es ist Ansgar-Gwein. Das wissen wir. Ey, diese? Das ist kein Problem. Ole, von oben. Dieses ist Arsch. Ole, wirklich. Dieser Lachstyp, ja? Ah, ja. Das geht alles relativ gesund. Hallo. Wie ein Rastowisch, voll Idiot. So immer schon den Link ersetzen. Wenn wir hier vorne schon 110 fahren. Oh, es hat gekleidet. Es ist gerade was passiert. Was ist passiert? Oh, ich glaube, der Kleid bleibt. Ich bin relativ weit nach vorne geschoben. Unfall. Das ist nicht nett gewesen. Unfall. Direkt ein Unfall. Liebe Leute, was ist das für ein Start? Was ist das für ein Start? Vor allen Dingen, wir respektlos. Das kann so. Haben wir den nicht immer. Es ist immer mühsam alles organisiert und dann wird man erstmal ordentlich gerammt. Oh, jetzt überholt. Die töten wir doch nicht. Äh, wir fahren hier gerade von der Nase weg. Nee, nee. Okay. So, entschuldigt müssen. Ich habe ein bisschen Erkältung bekommen. Das ist mir auch unangenehm, aber man soll mal machen. Da fährt einer auf der anderen Spur. Wir haben den auch gesehen. Äh, vorhin irgendwann mal ist da einer gefangen. Der zieht an uns allen vorbei. Jetzt sind wir wieder auf unserer Spur. Der Typ ist echt witzig. Der hat uns einfach überholt. Ein guter Mann. Ein guter Mann. So. Vielleicht war das der auch da. Ja, bei mir fährt hier gerade schon wieder einer mit. Das war ich. Oh, da stehen schon welche an der Ausfahrt. Wollen die auch mitfahren? Die blockieren hier alles. Achtung nach hinten. Was macht der? Ich weiß nicht, was an der Spitze los ist, aber es klingt sehr interessant. Das tat doch weh. Was ist mit Sparta-Fan los? Was macht der Sparta-Fan? Alle fahren einfach vor. Oh. Von Philipp Mauer. Ja, die wissen die Route. Die wissen doch alles. Ja, ja. Aber trotzdem. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Ach so, apropos. Ich weiß die Route gerade gar nicht, weil ich hier aus Versehen nicht mehr ins Navi reingehauen habe. Aber du hast die Route, ne? Ich hab die Route. Ich glaub, fahr nach London, oder? Ansgar hat den Durchblick. So sieht's auch. Ja. So, Trainsor ist. Trainsor fährt nämlich auch da irgendwo mit. Der ist ganz vorne. Ganz vorne. Da haben Leute hier fahrt mir grad vor der Nase weg. Da müssen wir einfach gut langsam fahren. Ich hab dann gesagt, wir fahren 60. Ich... Äh, ich falle grad 70. Ich kann nicht mal aufholen. Das hat schon öfter mal kommentiert. Das ist mir durchaus ein Begriff. Das weiss ich auch schon T JOSH 0 3 1 1 1 3 Show aus wie nahe besuchen auf was gewöhnt. naluch auf den Chat eingehen. Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne rein. Ich hab grad schon wieder Emergency 2016 gesehen. Da möchte ich auch mal was zu sagen. Ich hab das ja... Ich hab die Mission soweit alle durchgespielt. So, dann hab ich mal in das freie Spiel reingeguckt und es hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Es ist ja wirklich das gleiche... Kurze Fragen, wir müssen einfach gerade ausfahren erstmal, weil ich bin jetzt schon ein bisschen abhanden gekommen, weil hier ganz viele immer mal wieder so... komische... Jo, Achtung nach hinten, Achtung nach hinten. Wie das einfach unfassbar ist, wie die alle sich voransetzen. Warum? Wahnsinn! Jedenfalls hat mich das nicht überzeugt. Unfall, Unfall! Oh, Ansgar! Unfall-Meldung auf der ARC, der ARC und jetzt... Ansgar! Oh, oh, ja, ich hab's gekramt! Ach, ich hab's gekramt! Ich wollte jetzt gerade schnell, weil's raushauen. Oh, jetzt wie ein Geisterfahrer! Ich hab's gerade komplett stau! Nein! Oh, schon wieder! Oh, schon wieder! Was soll so was? Was macht der Daniel da? Der Daniel Schuhler! So, da kommt direkt ein Klassiker... Ah! Ich bin weg! Ich bin weg! Weg! Ich bin den Frank Rauschen! Alle 18! Oh, der Ole! Da ist die Frage schon mal beantwortet, ne? Und jetzt wisst ihr alle Leute, die jetzt da sind, ne? Wenn jemand noch mal fragt, könnt ihr einfach 18 reinklappen! Ich hoffe, wir da schon ein bisschen weiterkommen! Oh, schon wieder Unfall! Oh! Oh nein, der fällt jetzt noch nicht rein! Oh, das ist dreist! Das ist dreist! Moin Ansgar und Zengi! Moin moin! Moin moin! Oh, da ist wieder ein Unfall, ein Unfall! Oder? Es ist, es stehen hier alle! Und ich weiß nicht, was das soll! Warum ich hier gerammt werde, grundlos! Der Ansgar steht bei mir! Das ist echt traurig! So was ist schade! Bei mir ist grad richtig flüssiges Fahrgaufsatz weiter! Ich weiß auch, also ehrlich gesagt, ich versteh die Faszination jetzt nicht da dran! Also, ich mein... Der Ansgar steht bei mir! Das ist doch... Das macht begrenzt viel Spaß! Ja! Naja! Aber ich glaub, der wurde auch schon... Kann's sein, dass der schon geschickt wurde! Jo, voll! Ah! Oh! Aber hier geht's gerade wirklich einigermaßen gesittet zu! Kann man jemand diesen Banana-Bunnen, ey, dann näher! Guckt euch das an, hier auf der Miniland! Da fährt ein Spendys ein! Da versucht es zumindest! Mit Motorfehlfunktion! Jetzt geht's jetzt los hier! Das ist echt schade! Schaden 28 Prozent! Aber gut! Wir fahren, wir rollen! Also, wir kommen gerade auch noch wieder sämtliche Hände! Ähm, Leute, ich fahre noch nicht und ich komme nicht hinterher! Oh, wir machen die Anlage an, damit die hinterher auch wissen! Hier ist, hier... Das sind Elefantenrennen, liebe Leute! Das ist auf der Autobahn, was ihr die ganze Zeit seht da! Also, in echt was... Das ist ein ungeordneter Konvoi, sondergleichen! Boah, hier wird rückwärts gefahren auf der Autobahn, das ist wahnsinnig! Ja, das kann man so sagen! So, jetzt setzt man den Linker und... Nee, es ist komplex, okay! So! Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Wiedersehen! Oh, oh! Oh, oh! der Kursjahr der Olle Schöne an der Ereignisse der Ereignisse der Ereignisse drei und vier Jahre alt er wird er muss man kurz den Krieg in einem Moment als er hat er noch nicht auf der A4 in den Worten er macht man das denn noch mal das weiß ich jetzt gar nicht Achtung groß und ohne ohne das tut uns jetzt irgendwie auch ein bisschen leid wenn du hier vielleicht mitfahren willst aber das das geht einfach nicht das muss man sagen jetzt schon auf der A4 50 nein immer noch abwürdig dürfen ich überhaupt okay Gott so ist gleich ist die Polizei ja ich weiß nicht so ein Wendel von der Schleifung heißt hätten und ist auch hier irgendwo der Stream auf YouTube-Kreis und das hat hier aber von Gerüchten so relativ weit vorne man kann man das hier noch abgarten so ist ein paar sie haben sich die sich nicht empfehlen bei mir an der ersten Kurschmacht haben wir haben noch auf der anderen verhandelt und ich bin aber nicht hier an der anderen von der Autos einstellen da möchte ich auch weiß dass wir hier hinlusten weil wir wollen ja nach oben in London exakt der Lungdorf komm ich bin auch noch jemand rein weil ich bin seit fast aber ich bin es ein bisschen schade dass es dann so Zerstörer geht dann kann man sowas nicht mehr machen so garotisch ne also das ist halt immer so ja man kann man kann das natürlich mit Konzert und alles aber das ist auch nicht das wahre das ist sowieso das ist das Problem ist ja und er hat mir geht es ja auch mal nicht zu sehen und das heißt also auch er hat er hat gebaut genau da habe ich eigentlich auch nichts gegen aber bei sowas ist es als Schaden und der Stream ist offline dieser glaube ich nicht einfach Prozent wenn der Stream offline ist oder nicht mehr läuft oder nur Schwarzbild sieht Prozent dann einfach noch mal kurz aktualisieren und dann müsste das eigentlich ich wieder und auch kurz hier bis heute die Fahrt und das heißt egal wer geht einfach kein Vorfeld und darf ich mir wieder auch oder aber du verkehrt Papa Papa so ich hab mich jetzt anliegt so ich habe hier für den Kempfjahr ich hatte es nur den Rücken frei so dass das das ich dann alles abbekommen dann ist auch nicht so schlimm wenn ich dann so dass weil du aus deiner Sicht wird ja gestreamt dann Farmer fahrfahrfahrt okay perfekt so so vor jetzt kann man wieder ein bisschen wird jetzt die Zeit noch das Tempo Angst war das heißt ja ich habe jetzt die Sitzung der Köln haben dann schon schiefen ein Nein die Sitzung war noch auf der Apfel ist wie es auf der Sitzung der Sitzung der Sitzung der Aufmerksamkeit ja Prozent zum Piedler hat das Tricks seit einem Schreiber alles auch aus meiner Klasse als ob da jetzt eine ganze Klasse vor dem Modell Tor sitzt und und sei ja hier noch ein Problem das hat die Lärm für sehr unerheilig ist aber die Karte vorstellungsfähig er hat und ich bin da ja wer schon waren also sollte das stimmen schönen grüßelst du hast sie das geile das ist ein Skeptiker ab ich habe mich immer ich werde mich an und haben jetzt auch mal in den schulnach ist wohl wahrscheinlich aber nur doch ja wenn man doch machen kann man sich die schule begrüßen wir können nicht einzubringen müssen aber oder Träger Träger pass auf pass auf mach keinen Unfall hier ich habe gerade ein Glas in der Hand Loll mit Gläsern haben wir ja schon lustig weiter keine Ahnung aber diesen Stream kein Glas umschmeißen hoffe ich bitte besser also ich habe so einen LKW ich habe zwar Motorfehlfunktionen aber ich nehme sogar noch die Schlechtigkeit auf offline ihr müsst einfach die Seite aktualisieren dann das Problem ist ja das hören die Leute nicht ja aber vielleicht kann der Tisch in den Kommentaren gegeben werden einfach Seite aktualisieren ich bin voll gebraucht nicht schon wieder es ist wahnsinnig das ist echt nein was macht der denn jetzt hier diese Banane Spiele da oder Banane ach da bin ich auch so genervt der versucht dann die ganze Zeit ja aber das Problem ist alle fahren auf einen drauf ey das können wir super Schleusingen Schleusingen schöne Grüße nach Schleusingen ja mal gucken wann er wieder anspringt hier der Motor ah jetzt haben wir da alles in die Leitze ich muss dir gerade anpassen das war tatsächlich der Witz wo ich äh mein Glas umgeschmissen habe kriegst du ihn noch zusammen ach das war doch ganz einfach irgendwie lädt ein Kannibale seine Frau zum Essen Oh nein 61% Schaden ich weiß nicht das das war so ich musste auf einmal so lachen da habe ich das Glas was unten auf dem Boden stand umgeschmissen also dass ich das umgeschmissen hatte weil ich habe es extra nicht auf den Tisch gestellt weil ich dachte dann haue ich es mit den mit meiner Hand um ne und dann ist hinterher der Computer im Eimer oder sowas deswegen habe ich es auf den Boden gestellt und dachte mir so auch ja passt schon aber nix da oh jetzt ist es 75% bald startet er nicht mehr also 75% das ist das ist heftig oh nein nein nicht schon wieder ach so grundschlägen so ok da war gerade etwas los wir müssen einfach nur durchkommen Leben durchkommen das ist das ist jetzt wie so ein Spiel ich glaube das ist auch einfach ein so weites Spiel das hat was von so einem Spiel wir müssen einfach runter in London komm das hätte man nicht sagen sollen weil jetzt ja vor allem da steht schon wieder einer ey Leute hier denkt man kann ja auch mal linksverkehr 8090 zu halten ne wenn das in Ordnung ist was hier los ist ey hallo ihr zwei so was ist denn nachher kommt auch linksverkehr linksverkehr den kennen wir schon den Kommentar der ist doch eben schon mal gepostet hab ich doch schon mal gesehen oh ne kann sein aber jetzt haben wir ihn auch wirklich äh gesehen und äh ohne Motor vieler tatsächlich noch nicht gesehen genauer Lern ein Kannibale das war der Überschütten das war der Überschütten jetzt mal das ist noch zu viel das werden wir auch tatsächlich diesen Abend ja diesen Abend wird man das auch kurz sehen nochmal aber das zugleich mehr genau dazu gleich mehr nach dem Autofall also es lohnt sich wirklich noch länger dran zu bleiben wenn wir wie gesagt noch Specials vorbereitet haben das gewinnspielen das gewinnspielen das gewinnspielen das ist ja noch ein neues Jahr das ist wahnsinnig äh so l was Leckaffe oder Lackaffe du blöder was bitte keine Beleidigung bitte keine Beleidigung ja ich hoffe damit ist Nana gemeint halt bitte helfen sie mir halt bitte helfen sie mir jetzt bräuchte man eigentlich so eine GIF animation von dem Polizisten immer so kennt ihr das auch hier mal in den Chat gefragt kennt ihr das auch mit halt bitte helfen sie mir das ist Klassiker das ist so Polizist und er zeigt ihm wie man sich zu wehr setzen kann wenn man eben belästigt wird ne oder generell wenn einem irgendwie irgendjemand was antun will und äh ja das ist dann eben so dass er sehr bestimmt ne halt ähm hier ist das Verkehrs es ist irgendwie eine Sache und ganz wichtig der andere Kontreuer hat sich mit reingemischt ist auch was wahres dran weil ich denke ein Stück weit hilft sowas immer aber das kommt einfach nur so der Polizist der hat einfach ein das war einfach nur lustig bei dem wir haben ich hab das Gefühl wir haben unseren Konvoi minimiert kann das sein äh die sind alle zu blöd zum fahren schreibt hier der André Schaub ja es ist zu viel wir hätten das sie gerade im Bildteil fest ich glaube ihr seid gerade nach vorne vorgekommen ach 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 ich hab jetzt gerade jemand voll zu rüber und ja und ja darf man noch nicht darf man erst morgen genau aber da liegt der Träger der Träger der Träger nein 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 nicht nein 99 Prozent nein nein 7 überhaupt ein komm auf die tage im despair ist er wird abgab und im Klub ver 10 die zuschauer scheinbar nicht so begeistert sondern zum übrigen vor 120 Sekunden mir um und bitte nicht also sowas so was brauchen wir hier nicht irgendwie hier solche beschimpfungen es gibt leute die die fahren hier vielleicht nicht so wie man aber das sind deswegen direkt nicht leute deren müttermann beleidigen muss er leute ist seid ihr schon an frankfurt vorbei so gut war ja schon lange und er ist auch nicht so auch nach der die immerhin habe ich bin jetzt in der Hälfte nicht nur noch wieder auf die Anwesend ja dann wird das erklärt auch warum ein 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 heute noch mal gesehen das ist eine Werkstatt Kostler ich kenne noch nicht mehr, das Wasser wohl ich glaub das heißt es wird aber gut ja wir sind auch Welt-Gepäck, Dankeschwarte so war ich nicht Vater oh Gott der Herr Schubert der ist nicht Alphonse Schubert ne der heißt Schubert, Schubert ne der hier ist Daniel Schubert, der sucht eine Regel eine Regel ist eindeutig Fahnefänger fahn 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 mir ist gerade einer sowas von hinten drauf fahre, 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 fahre achja, ja das ja aber das kann passieren, das kann passieren grüße aus NRW, ja grüße nach NRW das hätt's eigentlich sein müssen grüße aus und nach NRW ja wir kommen auch, ich komm auch aus NRW also hier ist schon wieder sowas kyrillisches im Chat ey der Konvoi ist direkt jetzt schon bei Köln da war ich höchstere Korinther Kallofen ist es glaube ich nicht weil richtige Sprache aber ich weiß es ist seltenen bis auf Erfurter Erfurter kommen ja gerade hier er hat das auch das Entwicklerstudio von von TML Studios oder ich muss man schnell auf den Seitensteifen ja ja müssen wir gleich abfahren ist das richtig naja ich weiß nicht wo ihr seid ihr müsst recht an Köln vorbei also ich bin wir fahren gleich auf die A das kommt gleich genau da gibt es dann kann es sein da aber das machen wir alles um 22 Uhr oh 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 wenn wir an ja ich 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 weiß nicht ich finde es schade zu welcher Stadt kommst du das ist Köln kommst du zu Köln ich muss mir das einmal kurz auf der Map anschauen ja Köln gut dann kann ich ja einfach wieder auf die Autobahn rauf genau dann kommst du einfach wieder drauf und ich fahr jetzt einfach ein bisschen langsam fahr ich vielleicht auf 70 oder so ne ich komm schnell nach fahr mal normal weiter sonst schafft man ja ist das richtig wenn wir auf die A4 fahren keine Ahnung keine Ahnung aber wenn man hier die ganzen Leute hat dann ist das leider auch ein bisschen wir können jetzt nicht auf jeden warten das ist einfach das kann man machen wenn man vielleicht mal so ein Konvoi hat oder so aber wir können jetzt leider nicht warten das ist schade aber das ist so ja Gott so warum blinkt der warum blinkt der das gefällt mir gerade alle weggeraten ganz neu ganz neuer Truck nie genauer Truck hier alles Grüß aus Bayern Servus für die Gott weißt du was berührend ist I'm from India Oho Flo Prozent wir sind mehrere gestartet und dann gleich erst bei Köln und um die ja in dem ich glaube ich war so die Zeit ja man denn da noch mal als als Hallo Namaste war das weiß ich nicht oder ich bin kein kein ich kenne nur indisches Restaurant das war gar nicht von Wolfsführung indisch ist immer gut da kann man nichts von Schengel ist vorne ja was ist ja auch ein Chaos hier äh ich habe eine Frage du seid ihr komm jetzt jetzt gleich erst ab bei Köln mal eine Frage keine Ahnung wer hat den wer wer hat die Fahrstrecke offen dann sind die 46 Prozent Schaden auf einmal wer hat was offen was soll das wie Scheiße wer die Fahrstrecke offen hat oder wer die gut auswendig kennt ihr fahren an Liesch vorbei ich bin jetzt jetzt bei Köln ich bin jetzt jetzt bei Köln ich bin jetzt jetzt bei Köln fahren wir oberhalb von Duisburg über die Landschaft nein wir fahren an Liesch vorbei bei Köln du Arsch nicht fahren wir Prozent Prozent ich bin ja ein Bier du Arsch ach so über die A4 ja ich hatte deswegen ich habe eben noch Scherz auf zu zahlen weil ja zu der anderen MTS ich weiß nicht wie verwerbbar das ist wenn man hier aufnimmt und ich kann mir vorstellen dass es sehr frustrierend ist in der ersten Wörter drin sind werden ja das ist die eine Sache aber ich stelle gerade vor wenn man dann anfängt mit der Aufnahme und dann ja direkt eine Motorfehlfunktion hier ja aber dann wird man direkt kaputt gemacht dann gebe ich jetzt Gas das ist doch kein schöner Konvoi ne also das ist das ist schade aber viele freuen sich schon auf den Line Gamer ja habt ihr auch allen Grund zu denn ist ein absolut sympathischer Kerl werdet ihr ja gleich sehen kennt ihr ja dann vermutlich schon was ist hier los hier ist auch die Kreuztung noch hier Mann ey ich kann den Konvoi wahrscheinlich nicht mehr ausschließen ich freue mich wenn Line Gamer Ansgar und Sengels Bowsi zocken ja wo ich mich auch drauf übrigens grüße und vielen Dank an Dark Master unseren Vorjahrein Moderator genau vielen Dank thank you for reach ich weiß jetzt nicht welchen oder war das ironisch gemeint oder soll ich jetzt auf englisch anruf antworten der Engel aber vor kurzem zu zurück Teil aus Prozent die das sind die die MGS Magnesium ach da seid ihr ja ach da seid ihr ja kommst das richtig wo wie von unten bin ich wieder hinterm Schubert und der Steck war eben ja ja sorry ist das der Stefan den wir schon kennen oder ist das ein anderer Stefan ich weiß nicht hey wo seid ihr habt ihr jetzt überhaupt ich fall' gerade auf die Autobahn bei Köln-Wieter hoch Grüß aus Berlin ein ich habe soll ich auch nicht warten Prozent weil sie sind Grüße aus dem Stil nicht als gar nicht gerade überholt ganz gut überholt und so ist es hier was ich überholen jetzt gleich auch der Mannes mit vier geschrieben jeweils das A ich bin gerade am ganzen Geld vom Konvoi kennt und da ist nicht aber von der war das war aber auch den Kenner oder ich habe da waren gerade mal gesprochen vor Ort an das ist lebensgefährlich, mein Lieber Mastertrans Achtung, Blutmachs versperrt die dritte Fahrlinie Blutmachs versperrt die dritte Fahrlinie Grüße aus Nordhausen Ne, wo ist er? Ne, ne, der ist weiter weg Ich bin jetzt gerade, was ist hier drin Ich bin jetzt bei der Kölner Rheindrücke Ich bin gerade so gut wie aus Duisburg raus, hallo Was ist das für ein Convoy? Das ist kein Convoy Ich bin gerade auf dieser Rheindrücke, oder wie die heißt Ja, da ist auch mal gut, dass wir grüßen So, genau, Gluck gegrüßt Jetzt geht das hier noch weiter Wir hatten nichts gegen Grüße, genau Ihr könnt auch immer noch die Chance nutzen Ich hab mich gesagt, warum du dich nicht wahrst Du bist? Wenn du dich nicht wahrst Du denkst? Wie heißt es denn, auch Volker? Genau, das macht man immer das Beison, zwei gloves Ich war das auch mal, das konnte ich nicht mehr Ich hab' den unten mal schauen Aber, das hat sich vorhin gerade jetzt noch nicht Das war ein Fünder her er hat gesagt dass er der Zeit und zwei überholt er hat eine gute Idee ab und er hat mich zu so aber das ist tatsächlich mit dem in den letzten oder von der Stadt sich nicht aus ja auch hier die anderen die schon im Grußmodus wird jetzt sehen wir tatsächlich auch Prozent Grüße aus Prozent ein weiterer nicht weil die Scherpferd haben wir schon einhalten Vorsicht der Allgarten der Stadt in die Ausfahrt hier ist zu nein nach dem es hat auch gesagt nicht als ich habe mich nicht passiert nein ein paar Jahre langweilig von der einen anderen Fall auf der einen einen Ruhigen Klauseljahre haben jetzt Kassel aber ich würde sagen dass er auch auf der Saison der Verkehrszeit auf der einen Rundstuhl ich habe gerade auch mal die Gerteile er hat eine Reine gefahren da wo die Autobahn an der Ausfahrt ganz eng wird ich weiß kriegt mein Volt und ich fahrt da hat einer irgendeinen Schaden bekommen ich weiß doch auch die Komplette Hauffahrt ich hab die Komplette Hauffahrt ich hab auch nicht dann warte dann warte noch bis ich wieder da bin nee ich krieg das nicht bis ich ganz vorne ah komm schon ich bin wieder ganz vorne bist du schon an der Tanke vorbei ähh warte ja was denn ich hab's mal kurz gucken der Modell der hat gepackt ja klar ich bin schon vorbei ich bin schon hintergehe ich rolle gerade nur noch interessanterweise ey der steht waagerecht warte mal hey ey 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 okay ey ey er ist die jetzt es ist so viel los ja ich weiß aber so etwas verstreut es am besten stream der am hahn nach anhalten wie dies sind wie sie machen beide den kanal falls ihr nur mal ein Video von dem einen der eine Selle immer mal sagen den Kanal also bis zu reden zu sagen ist angaben grüße und hallo ein paar hieber ich glaube diesen Fanzer der Ereignisse oder war nein den Mann ist das macht aber aber das ist mein Geld das ist gar nicht mehr als auch mal in sie auf die ich hätte schreiben geschickt wird also ich habe er so ein Trauer untergeladen und das kann man das nicht machen ganz ehrlich das ist gleich mal das kann ich jeder mal der Arbeit im Hafen Warten waren ich weiß nicht man kann überall glaube ich so Profile runterladen weiß nicht so viele Trenz haben sonst so ein bisschen und Multiplayer-Konwoller zu warten kann überleben kannst du dann meistens an die uns vor allem dass sie da warten sollen und mehr ich kann noch waren wenn ich warten wie ich freundlich weiter weil ich den Karten nicht mal wir müssen erwarten gleich bei ihm um alle die Hälfte der Garten bei der Liedschrankstelle aber guter Körper von meinem Kommentar beantworten ist ja die Session da ein Leben wir haben auch noch und die Zeit ja die Magen ist ja vielleicht aber an die Hälfte mit großen Verlusten also große Verlusten die Hälfte des Konvois muss die Einwanderung da nicht mehr auf einer Vorbereitung hat dass man da wieder wir warten einfach mal so die Simulatoren über die Wurzeln bei was die Wurzeln die Städte Städte das ist auch machen auch ein Schuh in der Straße die Besserung mit Donalds oder Burger King so jetzt so muss sagen wieder weder Zeng ist noch nicht sind Fastfood lieber. Wobei generell schon ein bisschen, aber nicht McDonald's. Hier werde ich gerade vom Erden aus der Türkei überholt. Rechts auf dem Standstreifen. Aber gut. Döner schon. Und Pizza auch. Aber nichts ist weggestürgen. Deswegen kann man damit keine größere Diskussion vorbekommen. Aber die Sache ist, die Burger habe ich generell nichts gegen. Ich habe Angst, dass ich an denen schon vorbei bin. Ich kann nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Und wie ich wollte, bin ich einfach als Statt. Ja, ich bin ein bisschen nicht so viel zu Hause. Das ist so, was man hat. Aber wo bist du? Ja, ich weiß. Aber ich bin nicht so weit. Ich bin jetzt sehr gespannt, und hier haben wir und dann ist es ziemlich weit vorne. Ja, dann warte mal echt an der Tanke. Dann weiß ich wo. Die Warten an der Tanker also Gas geben, Leute. so auch hier alle 100 Zehner anstrahlen vielleicht wissen so sie ist ja auch mit meinen müssen auch gleich auf der Antraute waren so geht es eigentlich immer sehr stark an die Zwecke heißt die Idee das ist die auch die E2 4 wie heißt Doppel-D das weiß ich denn wir haben keine Ereignisse in der Autofahrer Mann das auch mit der Böden der Anstieg an das war es weiter ich bin bei anderen Städte oder Schokolade okay Schokolade da also ich bin jetzt ein Ligier Airport ich bin ein Ligier Airport Schokokuss kommt auf die Schokolade an einmal also ich bin jetzt ein Ligier Airport alles so mit ihm und die Zelle aber wenn auch Stauberland ja genau das ist das ist halt die Sache und die Klinik Tränke mich ab und wir sind in drei Teile gesplittet er hat so wie war das wo ich bin weil er hat hohe um ich kenne das ja ich weiß nicht also ist jetzt nicht hundertprozentig meins aber ich habe auch relativ teuer finde ich aber ich habe eigentlich man will ich also das ich habe ja Profil genommen sage ich mal ich hab 75 Prozent jeden Fall was ich habe gesagt die Klassen waren ich habe die Klasse Anne Sophie ist noch da das ist wieder 100 Prozent für mich schon wieder gegen die Eintracht zu haben weil viel Spaß mit aufholen wir haben noch auch tolle 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 die solle ich sehe und noch ein Schwerpunkt der Karriere ist dabei noch auch so so dann ist die ich auch nicht in YouTube er hat man die Laufgabe an den letzten 2 bis zu drinnen die nicht in der Tat nicht ja eigentlich kann ich auch nicht aber ich habe erlaubt noch gewollt der reihe verstellen kann man auch am alles fertig machen doch heute noch waren also wenn es der nun im Spieler also wirklich der nicht abweilen statt für und ein LKW in Kali so irgendwie passieren davon Dinge wir haben nicht einfach die ganze Zeit gegenseitig der Biermann hier ja aber ich meine der Drecksinn sein dann haben sicherlich nicht mehr oder aber ich habe es nicht sie haben hat er noch nicht wer ist sie immer an einem die Stoff immer ich muss um nach Brüssel es gibt man sie getropelt den Mann wie liebevoll den bieten Biermann da war mir noch sehr 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 klein und um der Hiesel weil es glaube ich unsere Eltern zu kompliziert wird zu erklären was ein Alkoholiker ist und warum er das macht und in dieser wird der Biermann und er mochte aber Kinder unfassbar gerne und ich fühlte mich nie wohl er hat er meint es immer gut eigentlich mit einem aber es ist ja auch auch eine traurige Sache mit ihm zu machen es nur die Köln der Städte über eine rechte Frage kein Handy oder Computer das kommt mit der Internetverbindung zusammen es ist nicht so schwierig mit der Eurkarte ist er plötzlich sollen er hat alle bei mir etwas die Netze aus der A5 ich bin gerade im Kurs ist es stellt sich die Frage die Ereignisse gibt auch so und Prozent das kann er vor mir ist noch eine Frage ich bin im Moment sehr bisher er war nicht gut genau ich bin ich hier gerade recht mit mir kommt ja ich hoffe ich bin noch aufschließen wenn jemand von Spiegel das ist der Fall er liebt da ist es mein Tag zu haben wahrscheinlich auch ganz so schlimm ist vor allem in der Zeitung der Vorhinein sich in Cali in Cali wird sich staunen zu 100 Prozent das ist ein Lohrhalt heilig dort sind meistens so als nach meiner Erfahrung aber das ist auch schon ein halbes Jahr her okay wir auch geben Prozent Bausimulator 2015 aber der Preis ja der Preis ja deswegen könnte den heute auch noch genau was denn es so er war so war es für ein Esso aber das sollte ich da ich habe es mir ganz klar auf den Poppik gesetzt und konnte mich auch wieder allein um hier mitfallen zu können ich bin auch schon seit vier Stunden hier und jetzt läuft alles schief und so ist ja er wird man liefern und hier gerade am Rumpel abkühlen LKW Pkw was ist weiter auf Fahndorf in Calais mit der Fähre oder mit dem Eurostar zu bezüglich der Fahre war nicht an der Fähre dann kommt schnell würde ich mal sagen also ich glaube ich brauche noch bis ich überhaupt zu werden kommt Autobahn Polizisten und so kannst du noch den pinken Truck Fahrer kennst du noch den pinken Truck Fahrer also vor allem auch nicht bei mir ich weiß ich wie gut ich durchkomme ich kann sie sich bezüglich was kostet der IT ist okay wir haben jetzt gleich kurze Pause einer Tank ich glaube das könnte bei den Tank hier sein so ist er will getragen ist das das ist sie die Händen zwischen und wird sein die Hälfte auch ein bisschen ja ja ich habe ich habe die Aufmerksamkeit ich möchte ich bin noch nicht da reichen es war ein bisschen schwierig die eine Tante in die Tanke zu bekommen aber ich will die ein der Eid besser und Geschwindigkeit begrenzt Jahr 110 heißt das Folgen auf YouTube da ich ja neunzig wir versuchen das nicht auch wir versuchen maximal schreibt man schwul in die Kommentare ist so schön dass sie sich auch ich hab nichts dagegen um ne das ist mir nicht ich sehe die ersten noch hochfahren ich bin nur ach gut scheiß ich bin nur da ja aber es kann schon mal schwul davor dritten aber die Simulator kann weiter hier sind und sich zu holen traur also warum nicht also ich habe ich habe die letzten Teil zu kommen und hat auf jeden Fall zu arbeiten müssen wir den Standort Prozent und ein Teil der Angelegenheit die Bestimmtein Wollte und damit die Oma zu Jahren sind oder was ist der Anlass für das Zusammenkommen der ganzen Klasse so ist es doch was ist das Problem und ich wollte ich habe gesagt worden hat sich eine Uhr ab uns kommt mehr doch nicht der ist auch überlassen die ersten Werner und wenn ich jetzt mal ein Satz an der Fernseher wahrscheinlich ist alles klar ist jetzt hier aber ja eine Röhrung muss er ich stehe aber auch gar nach der Einweiter von mir die Woche gemacht der Einweiter auf die Tankstelle das Leben der Nachwarn von einem Ehren und macht so viel wie ein Bär so langweilig dass das ist der Anstieg man vermisst du schon manchmal gestern habe ich noch mit meiner Mama drüber gesprochen als Gartel Echt wie es auch von der Sündchen ja da sind zwei da kommt noch ein nachzüglicher so mehr der andere kommt weil ich jetzt auch bei uns mit drehen ist da steht dass ich doch die Leute da steht er ja ich bin ja da war er ja aber ich habe auch noch so ein paar natürlich war es auch nicht so haben sich ja auch machen einer hüster Bärs danke weil ich werde hier gab vor allem war also ganz im Schluck waren doch gut sind LKW und alle sind ein weil ich habe ja Navigationssystem an geht hin und wieder mehr Lea Möhre auch hier ist nicht nachher ich weiß da kommt aber nicht verspätzt alle dabei verwiesen zwar noch alles da ist dann müssen jetzt wird für alle so viel erst mal ein Ständchen singen sie was immer denn happy birthday aber ich bin so schön so weit nach wie möglich nach vorne zu verlagern das auch später auch viel Spaß dabei also ich habe sie in der Musik später einzuspielen die ich bin ich sehe ich bin 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 ich einfach mal gleich ein Link dann dann Kuhn und lebt so ein Kuhn ist das Geil so einiges haben wir also alles gar nicht mehr als gleicher vom letzten Live-Stream nach klar so war es ja der einzige so gut Entschuldigung aber nur ist hier ein bisschen und so an uns schon da ich nicht so gut versteht der Teil neben ihm nach möglicherweise vielleicht alle Frauen hier waren die ich bin jetzt so und das kann man nicht wahr sein so ich fahre jetzt eine dann bin ich vorbei oder auch mit einem Land der Staaten der Mannheit aber auch wo Eierer 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 jetzt ist es ein bisschen kontrollieren besser werden städtet das ist aber ein natürlich gewisse drängen sich vorstellt und weiß dass wir können eine Krise bei ihm das Jahr aber es ist ja auch so langweilig und ich bin ein schönes Doktor keine Ahnung war uns dabei sein da sind Kinder wurde so schön sein wir fühlen wir finden schon Stopp nachdem dass wir also macht aber auch nicht als der Grund das wird wahrscheinlich schon gut geplant aber dann auf die Saare immer so ist man sie mit kleinen Kinderschaft ich weiß dass sie aus wie immer sie und kommt die Bedeutung der Kinder auch das ist nicht und dann kann es können die Leute hier hat die Haaren kein Kurs ein Mann in die Anführungszeichen ich hoffe du weißt ich habe die Fahnen vor zehn Prozent der E-T-S ja ja dann wollen wir mitfahren dann wollen wir nicht mitfahren wenn die Fort Sengiz fahrt die Erdiener auch wie viel immer die Handelsen jetzt in Sengiz-Lackiung und ich hab hier gesagt der E-T-A-N-A-N-A-N-D-Schein ist einfach nur aufmerksamkeit der E-T-A-N-T-E-Schein so gut dann verkommen und weh das Video ich kann kaum noch bei ich sie schon kommen die Reis und er hat dann bereit ist einmal will und das ist ja unglaublich dass er noch so viele sind ich habe das Gefühl es sind sogar mehr geworden kann das sagen kommen die Herren wo kommt die Herd dazu ich soll es nicht weiter zu haben wenn jemand von euch an und wir haben jetzt zwei Konvois Nein ich bin das Volk ja in den Niederschlüssel wo und ich habe gerade fassen aufgrund von um ob wir noch begrenzt bevor ich war ja das müssen wir uns halten muss uns spüren also wird es die Gäste haben wir noch gar nicht in der Welt und auch auch die Erachter die Hälfte nicht wird von allen Seiten auf uns aber wir uns gut müssen auch nur überfahrt der Kraft von allen Seiten auf die Gitarre und zuerst man darf nicht dass man da eigentlich gar nicht in der sich überwärtigsten keine freilich feiern der etwa ich gehe kurz über den Ruhren nach der Tour und die Anwälte und zahlen gleich ist aber bei uns hat die falschen Gelächter um die Saison der Saison und nach dem Teil der Anliegen geflogen ja genau wenn man die machen müssen es ist ja das Spiel der GmbH hat die Wanderer der Welt vom Held darauf vieler der fliegt doch nicht mehr und wenn sie da sind auch mit der Einzelhandel nicht im T.S. sind ein Teil hätte er vielleicht aber auch besser geht es auch das sind Konzert hierbei ein Fünferteile einverhalten und dann hat er war noch ein von den fünf immer noch in der Anleitung wollen wir sie wollen die ganze Information ausgehen so da wäre es wahrscheinlich besser gegangen Oho so um ich habe mich feststellen müssen kann ich sagen es ist nicht leicht hierüber zu gucken gleichzeitig ich muss das irgendwie noch besser so wie ich bin fast wieder ganz vorne über die Anliegen und in den Linden ich bin gar nicht richtig ich habe ja als Hälfte der ganze Zeit bei der Hälfte ich habe mir die Begründung überwältigt ja ich kann an der Flussreihe ist gut ist immer so schwierig aber wenn man nach oben geht man viel besser und das Bild wird immer noch auf der Altweich eine gute Zeit der Opfer zu müssen das ist das auch denn das gleiche ist einmal zu sehen unterfahren wo es dann will gehen und hier ist es nicht gerade und wenn es die Ereignisse aus der Ausgabe der Ausgabe der Ausgabe der Ausgabe der rauskommt wir werden ihn auf jeden Fall spielen weil ich glaube das ist ein ganz gutes Spiel wird und vielen gefällt die Grafik nicht das habe ich mittlerweile mitbekommen wenn ich die Schuhe rausfallen wachten wir mal ab alle könnten die Kürtel und Neues mich vorbeigefahren die Lerau das haben wir aber kurzen Prozent der Pratt Welt war ein Leben Nürnberg nur wenig schlicht aber wobei nehmen das geht nicht dass wir können nicht nehmen wir nicht stoppen die Königstorin nicht mehr nicht die Stadion für die Jahre hat die Welt und das geht bei mir also ich glaube ich werde natürlich nicht mehr an die Berge und ein paar Beine und er einfach waren die Kinder haben und er kann auch hier aus die heißen ja es soll zu sagen Rotterdam ganz nur werden und auf der Strecke also sind wirklich unsere Kunden haben und hat also nichts bei der Bemisjahr hat sich Zänges Eter hat eine unspektakuläre Hintergrundstorien war einfach nur ja jetzt mehr hat so manchen war es Spektakulär und da hat sich das so langsam im Freundeskreis auch mal schlussend bleibt aber auch gleich in der Reihe an der Erwärmung der Kleine losfahren lassen müssen aber noch und das nun mit dem LKB mehr wird was wollen wir noch mal das war doch wo es ist es war das Nenene das war eine Hose von dem ich mal die Einheit an das ich glaube vor dem Weltkrieg einer ja auch so viel erst der Träger mich an der Orme er hat mit dem Baum die Tränke der Gäste aber der Gäste groß waren da muss eine so genannte Elke ist ein anderer noch dabei er hat sie lustig und scheiße auch durchscheiden der Erbwürger mal da kommt auch noch nicht gerecht für den Eintracht den Spülern der Karte auf die Pfad der Flaschen ach so stelle ich meine Hosen und der Mann hat er ein paar Jahre nach dem Volk bei uns geht er und die Hälfte ist alles in meiner Welt kann es nicht Prozent sein Weg überholt werden ein Land und wollen und kurz mal die wie feiert ihr Silvester ich beurte feiern und belastet ich mich schon bald zu werden oder schießt ein Leben los es kann man schon mal das hat mich gar nicht sicherlich auch noch die Konsistenz meines erneuert habe ich nicht schreiben kann es nur zu übrigen ich brauche ich kann immer sowieso ein schluss und schwerer als erneut zocken so asphalt Cowboys ja ich hatte tatsächlich ein wie geil so wird sein Gert seit dem Motörpil von Prozent einander also dass das fand ich richtig lustig weil ich habe ich auch gesagt hat 100 Das kann man erst mal sagen, das ist doch total blöd, aber der hat mich immer nur so leicht berührt, ne? Und das war richtig wie so ein richtiges Straßen... so ein richtiger Straßenkampf, ne? Fight. Boah, das ist kein Kindergeburtstag, das ist scheiße so brutal. Genau, man hoopt auch so und man drängt hier den anderen ab und dann hab ich mich vor den Gedränge voll gebremst, ne? Ist mir fast hingedongert, hat wieder gehoopt, hat mich überholt, wieder gebremst, so, ne? Wie lange habt ihr YouTube-Druck? Oh, Tengiz! 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 Ob wir Spaß dran haben, würd ich sagen, oder? Ja. Und, ja, solange man den anderen wissen... Oh, Tengiz! ...eventuell, ne? Aber ich weiß nicht, werden wir sehen. Das ist doch schlimm, ey. Ja, wir müssen mal schauen, wie das nach der Schule alles so ist. Erstmal, es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger irgendwann. Ja, Chef. Auf jeden Fall. Wir sind grad beinahe... Also das, was wir jetzt zur Zeit machen, das könnte wahrscheinlich nicht so aufdauern. Wir sind jetzt gleich bei dem... Ja, also, es wird jetzt in nächster Zeit weniger kommen. Ich bin jetzt bald verletzt, aber auch viele von euch schon mitgeschoben. Aber wie das dann letztlich aussieht, das wissen wir halt auch noch nicht. Lille. Der ganze Konvoi... Lille ist in dir. Oh, jemand drängt Tengiz ab. Oh, jemand drängt Tengiz ab. Der Mann hat gesagt... Spartakus und sowas. Das ist ja auch, ne? Ne, das geht ja auch nicht, ne? Bitte wie? Ich muss mal ein bisschen aufschließen, zu überholen jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, das, was man eigentlich nicht machen soll. Ich bin übrigens ein bisschen zu langsamer, weil jetzt immer mal ein Fakt. Gottverdammter Motor hier ausgeht. Nein, Gottverdammt ist er nicht, aber... Er geht halt aus. Wie groß der Konvoi ist? Nein, er hat ja genau so... Da kommen Sie! Soll ich darauf hin? Ja, da kommen Sie! Ja, da kommen Sie! Ich bin einer auf die Seite umgefallen. Ich halte einfach durch. Ich halte den Fernbus nur. Oh mein Gott, hier kommt gleich irgendwie noch 15 drauf oder so. Also hier kommt gleich mindestens 10 LKWs mehr drauf. Wieso? Von Minecraft so? Äh, weil der abfährt wieder jemand auf der falschen Seite. Sieht nach neuen Konvoi aus. Und dann nach alten Konvoi, die wir da drauf wollen. Klar, ich werde doch gleich wieder ein Kreuz, sogar mit euren Eltern. Ja, hier ist gerade auch ein Aufer-Unfall à la, äh... Richtung Kaleis ist ziemlich bescheuert. Ey, in Kalei, in Kalei ist alles voll. Äh, tschüss. Ja, in Kalei ist voll. Kalei. Kalei? Wiele, du habe Lais? Hunde oder Katzen? Wiele, du habe Lais? Was sind das denn hier für Fragen? Hunde oder Katzen? Was ist das für eine Frage? Geppach Ich frage sie es schon, ich habe noch mal Pic. ich nicht sagen wir sind Bahnhof und warte dann noch mal ein Bahnhof Prozent der Ball aber der Ausgabe ich glaube ich brauche dann auch noch sechs Minuten noch um die machen wir mal das Gewinnspiel ich rolle gerade hier ohne Motor also quasi völlig antriebslos rolle ich jeden Tag Scheiße ich bin jetzt schon in englisch stellen als wir sind weiterhin länger schon ein weiteres dann um mein Anlänger ein haben vielen die wenn sie entscheiden an der Übersetzstation ich habe jetzt eine Mord zum schneller reichwerden installiert jetzt sind aber keine Aufträge mehr verfügbar was soll ich machen was mit zu tun der um ist das ich immer kurz an meinen es kann auch ohne Montag schnell um bevor es sehen ist wieder da ist sie einfach mal schlafen gehen und wenn das dann nicht dann ist tatsächlich was kaputt ja aber ich kann nur ein paar Niederland bei der Folge bei der das hatte ich eine Warte und ein Wörter und da installiert sind weil manchmal Prozent beißen die sich das ist das hatte ich auch mal dann dachte ich auch jetzt ist es kaputt das Spiel ein Teil hier ist die Hölle los die war nicht so sondern es war ein Bord wie zu viele keine Ahnung was installiert so was macht mit Träger der Trainser der Trainser ist da Träger war auch wie weit bin ich denn da sind in der Nähe die Kühne haben zu vertreten und zu betrachten das ist ihr bestaubt Ehe war das ich will jetzt gleich zu gerne die Zähne sind aber ich kann ihn dann wieder mal in der Anfänger vor genau so in der Nähe der einzelnen Alkampen versauten werden wo kann er überholt ist an sich schon hier das ist ja es gab es Ende sind noch nicht mehr hier und die Berufe der Kräfte ich nehme es war der Aufruf und ich habe hier das ist erst wieder herrn und oft mit Experten unterhalten die das Gäste ist gar nicht erreichbar sind natürlich dann und er hat immer ein Liefer und Pro Evolution Zocker wäre einfach total billig aber aber der anderen kann man halt auch mit der Abwanderung aber jetzt geht sie los jetzt der Anrufe und heute gehen england jetzt wenn wir auch ein bisschen warten Warten auf Ansgar ja und die anderen dann müssen wir noch eine ganz schöne Hintergrund da war schade ich hab Ansgar richtig geschrieben ich wollte es eigentlich falsch sein das wäre so schön gewesen irgendwie sowas mit K mit Z schreibt man übrigens A-N-S-G-A-R weil eben die Frage im Stream kam aber hey das viele sagen zum Beispiel ein Lehrer sie sind schon beide am Dings am sind die schon in England oder zu ich habe ja ich habe ja alle so als sie sind und er hat das mehr als er hat und was geht mit dem Fall und das ist auch ganz klar ich glaube ich denke ich kann auch die die andere ist aber was ich will sehen ist ein Jahr aus dem Treibenden der Kommandier machen das ist eben der Zeit oder jetzt wird uns kurz und wir müssen ja auch die schreiten die selben Ehe längere Zeit ja weil er nicht hat er gerade so erinnert alles ein Bruder oder weil er sich aus und auch einmal in mir gestanden da bist du denn und da das ist ein Gedeckten oder wie er so normal auf einmal abgesehen oder ewig gelangt haben wir haben kann ein paar abgehören können ist das der um das gute ist übrigens hier ist Prozent und die Kollision im ganzen Jahr habe ich war allein und guckte mal den Stau am Tag geht alles durch und er hat die Kalle und bis auf der Autobahn sagt gerne kann er ist alles kann einiges an den Stau ich sehe es ist ein Mann ist die Stürmer Leiter gut aber auch so was gerade im letzten Jahr denn er war es wie war es vor 1 2 Sekunden er hat uns aber auch ein Einstellungen das Hansgarten auch bei euch ist so wie er schon und bei mir ist alles ruhig muss ich mir ich will mir kurz was guckt wie man sich mit der Leitung Prozent nach der Leitung ich weiß nicht ob du das als Richtiges von der Autobahn Leiter an der Berg Stahlsitz einer Gelegenheit im Schritttreibung und ja ich sehe dich ich guck dich gerade abguckt wird es auch wahnsinn ist das Leben und so dass es immer so wir sind ja viele von uns hier das ist ein Wagen könnt ihr nach und das gibt ein solches Chaos gleich bei der Ausfahrt um weil es war mit denen die hier in Frankreich Lieblings Simulator ja was heißt das ist das ist immer zur Zeit kann sein der Olle zeitlich begrenzt kann man mal sagen weil es heißt es war auf die rote Ampligkeit durch kann man auch wieder was zu sagen Kostrad auch wenn es kein wirklicher Simulator ist Prozent aber das Spiel ist irgendwie kaputt bei mir das ist ja schade an der Erd irgendwann geht es mal weiter hoffen wir es vor Prozent nach dem Fall ist mein Lieblings Simulator das ist das recht ich bin ja also ein finaler Verwaltung an die Welt das ist ein Mann und hat aber auch ein Problem dass ich also ich brauche es auch zu machen und das auf meinem Kanal durch habe die Erlöckung und Erlöckung also generell Multiplayer enthält sich mehr also zum Beispiel Bau simulatoren ich stehe immer noch in der Leck simulatoren zwei ich bin aus keinem Haus und bin aus keinem Haus die Plächer ist gerade Prozent und dann haben schon das Spiel kann man machen aber es ist so wie heißt es immer so ein bisschen also das ist auch auf uns macht man sich in der Auffassung der Räume der Läume der Alleine sind für alle drei Zeit oder so macht es richtig viel Spaß oder eben auch die jetzt sind ganz viele gekommen er hat das will auch nicht mal ein paar Einbräume mit einem auch noch zwischen drei und vier Millionen Multipläer und ich war auch schon zu haben haben und auf der Klaus irgendwas so und der in Lagerdamm Rotterdam Europos ja genau hier ist es noch nicht mehr die Arme wir haben jetzt auch die Hälfte Neul was er hat und da haben uns folgendes über aufstelle ich dann aber auch noch überlegt sind für dem die Aarutschwack Simulator 2 2 Titanium Edition am besten macht nur machen nur diejenigen unter euch mit das Spiel noch nicht das wäre sehr nett um ja das wäre nicht nur nett sondern auch sinnvoll denn wenn in Eurotrack Simulator 2 schon hat der wirklich viel Neues daran entdecken aber ich habe eine Frage müsste jetzt gleich im Chat beantworten es geht um eine Schätzfrage derjenige der am nächsten dran ist der wird vom Dark Master Moderator gesichtet wenn das mehrere sein sollten sollte dann werden uns eben die mehreren Namen mitgeteilt und müssen dann werden mal los und unter dem hat die gleich nah dran gehen oder vielleicht sogar die Externe hinterher haben die Gewinnspielfrage und jetzt müsste aufpassen lautet es gibt er wird die begrenzen das jetzt mal auf ungefähr drei Minuten sagen wir drei Minuten ja drei Minuten ab dem ein LKB steckt in die Anerkennung als er sich nicht feindend sein solltet also bist du bereit Prozent genau machen wir es mal ungefähr damit es ein bisschen gerecht dazu geht und ja kannst die Gewinnspielfrage lautet Düm 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 wie viele Spiele wurden hier auf dem Nordrhein TV Play Kanal insgesamt gespielt werden das mal durchgezählt unsere Zahl gilt Schätzfrage die Können jetzt starten ich sage 25 und jetzt 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 muss ich erst jetzt jetzt müssen wir natürlich bedenken dass es total verzögert ist so ich habe gestellt es geht um ein Tier und aber wir können das wir können das gar nicht so ich muss auch der Tag auch der Schutze doch ein Teil weiterentwickelt die festgeglichen doch klar doch mal so gut ich kann ein Ding auch in der Tat ein Prozent also ich kann ein gerade bei die Ausschreibung ein weiteres jetzt muss ich die in England ich bin auch in der Europäule ich bin auch auf dem Festland nicht bei den Soberatmen aber auch wenn man kann sich mal so abfahren werden wir auch dieses Schwerdachsraum total verdeckt ist ich warte auf 10 bis zu dem Punkt ja ich glaube immer noch drüben oder glaube ich auch okay dann kann ich ja noch ein Wort waren also abgehetzt den Ruhrfahre nur viele drei Jahre lang abtippt das ist ziemlich wahrscheinlich das Leben zwei Jahren drei Spiele gespielt worden dort ist schon guter Schätzer wird ja wenn man sich anguckt wie viele Spiele jetzt laufen wie viele sind 4 ich habe ein 20 vor was die los ist scheiße ich sag 25 im Saubend ich mich mit spieler ich will die andere nette uns haben deshalb ach so wie alt und stört das ist natürlich eine Sache aber ganz ehrlich ich spiele so wie wir schon hatten zwei nicht so viel er wird wir warten nur noch so guten Tag guter Tag zweit der Dank am meisten wir warten noch Prozent ab bis zu um Florens Timer drei Minuten erklingen lässt wenn es um ein bisschen verschwanden der Stadion da war eine rechte Fall ab Prozent wo warten wir dann nicht alle Lektor und das Wissen aber auch in es war es halt jetzt kommt da um war Prozent der Fläche der Verlager das ist hier aber man kann ein Leben langer Zürich die Schreiber wird alles so gut ein Stück weg ganz klar und so sind noch nicht mehr in england alle sind noch Prozent um aber die alle so viel wie die Welt reichlich die Wüste noch nicht noch verliehen deshalb in einem halben Teil der Zeit noch mal zum Vorhaben der Hauptmann von Kalli ja ich glaube es war es schon mal ein Zeiger der Leute mehr ich bleibte mal immer ein bisschen im Kreis so kurz die Züge der damit ich nicht in die Entfernung fragt was soll gerade von einem aufmeldet ja alle es war jetzt ganz genau genau das habe ich mir auch schon gesehen weil es nur echt eine spannende er war das und jetzt kommen noch mehr können da ruhig ausrichten Udo knapp dran ein Schwerpunkt hat 6 wenn er noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr die Nürburgräufe wo es so gut ist es gibt keinen guten Zoll ich bin hier oben da machte mich dann zu belegern er wird mein Blitz aufweichen ich will auch morgen oder der Tag so der Teiler so um damit zu haben ihr habt euch notiert wer sein konnte Ja, also zwei Leute auf jeden Fall. Gut, also wir lösen jetzt mal auf. Es waren insgesamt 90 Spiele. Und wer hat es erraten? Wer hat es erraten? Ja, wie soll man das jetzt sagen? Ja, doch, sag mal, die müssen uns eine Mail schreiben. Genau, dann schreiben wir uns. Willst du oder wer hat jetzt aufgeschrieben? Ja, ich denke,ş 보�ảmung wird. Und der Einheit ist der Standort. Steht auch jemand, aber auch genau wie gesagt, wie soll er mehr als eine Gefühle von Ihnen arbeiten? Die, also all diejenigen, die jetzt gerade genannt wurden, schreibt uns eine E-Mail. Ihr kommt in den Lostopf. Jetzt schreiben alle 90. 90, 90, 90. So. Also die, die es natürlich in den 3 Minuten geschafft haben. Warum, da muss ich jetzt selber in kurz so weit die grünen Flächer. Hey, ins haben wir fett, da habe ich noch jemand, der noch mit muss. So, jetzt ist es auch gut in den 90 Kommentaren. Englern angekommen. Mein LKW bewegt sich nicht mehr. Okay, es kommen immer mehr Leute. Okay, aber ich würde sagen, jetzt, jetzt, fahren wir langsam rüber. Wir fahren rüber. Wir fahren rüber. Ich bin jetzt neben dem Schild. Ich muss jetzt erst einmal zum Schild kommen. Es ist gar nicht so eine Stelle. Es ist auch keiner, wo viele Spiele oder, da ist auch, ich bin sehr erwartet. Es sind alle nur auf den Gewinn aus. Ich nicht, wir könnten auch zwei Mal bei uns, wo war das Spiel an, ich bin in der normalen Kölnischen Zone noch. Wieso. So, ich fahr jetzt gerade mit dem Zug rüber. Ja, gut. Und jetzt, boah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gleich plotten die hier alle auf. Ach du, jetzt sind es beide drüben. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist ein Monster. Es lebt, es lebt. Wie schlimm sind die Szenen? Wie schlimm sind die Szenen? Oh mein Gott. Es kommt noch bedeutend mehr. Es kommt noch bedeutend mehr. Wir sind hier gerade jetzt auf zwei Aufmerksamkeit. Ja, die kommen jetzt alle mit. Es sind Ansgar rüber. So, denk mal. Nach dem Volkstone, ne? Linksverkehr. Oh, linksverkehr. Das ist ganz wichtig. Linksverkehr. Das ist ganz wichtig. Linksverkehr. Linksverkehr. Ja, ich doch so. Zwei Scherz hier. Dann müssen wir erst mal den Motor starten. Steht hier sogar. Das stellt sich sogar schon an der zwei Kreuzung davor. Aber es ist so witzig, dieses Mal. Ich krieg den Motor nicht mehr an. Weißt du was? Ich schleppe. Ich fahr jetzt vor. Du fährst jetzt mal. Ich komm mal. Ich fahr. 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 Warum muss man da so lachen? Ey, Dati, weil's drin steht vorne, ne Dick. Ja, die Schwansinn. Wie viele das spawnen? Ah, jetzt hab ich den Motor angekriegt und wird direkt wieder ausgemacht. Oh, jetzt wird man hier sogar für sein Lachen bestraft. Dann machen wir das nächstes Mal stumm. Macht ja nichts. Legender Dubstep-Musik und. Ich fahr jetzt kurz nach Dover, reparier mein Truck und ich stoße gleich wieder zu dir. Ich bin hinterher. Ja, ich bin in der Non-Collision Zone. Oh, ja, da ist er. Ich bin in der Non-Collision Zone. Yes. Endlich. Ich meine meine Fischstäbchen sind sowieso schon so zermatscht dahinter im Trailer. Das ist wahrscheinlich so. Das will keiner mehr essen. Das ist eine ekelhafte Brühe. So sieht's nämlich aus. Also. Sparta fällt. Jetzt könnte ich... Ich hab gerade überlegt mich umzulockieren und dann... Aber nein. Wer fährt mit mir gleich noch drunter? Ich bin jetzt... Ähm... Ja, ich fahr jetzt grad hier raus. Aber sie sind alle vor mir. Fährst du über Dover? Fährst du über Dover? Ähm... Ähm... Ich fahr dran vorbei. Auf... Über so ne Landstraße. Scheiße. Okay, dann warte ich an der... An der nächsten Tankstelle da. Es ist zu eng hier. Scheiße. Ich flasse es hier. Scheiße. Ja, das ist England. Das ist immer zu eng. Das ist... Das ist... Das ist klein. Das ist... Das steckt ja schon im Namen, ne? England. Ist immer alles eng. Boah, der wurden wir zwei jetzt schlecht. Der war... Der schlechteste... Der war selbst nicht am meinem Niveau. So. Telekom Warteschleifenmusik hier einfügen. Jawoll, die Telekom... Die hatte ich letztens auch nochmal. Boah. Ich komm rüber. Ja, das ist... Das war so wunderschön. Bumsen. Also... Total kaputt. Es ist... Landstraße darf man echt nicht fahren. Das ist ein... Das ist... Alter. Frau Wolle ist was kommt. Ich kann mir angehen. Nein, Ansgar. Aber nur als Sie verabsläuft. Antasia Land. Sparta mitte. Nein, vorher schon. Was ist denn los? Zwo. Ansgarsten, was war mit Niklas? Zwo. Das hat Niklas gesündigt geschrieben. Ne, Niklas. Richtig. Ausrufezeichen auf. Wir sind auch. weil ich nicht ich weiß nicht was nicht das macht und zu dem nicht das beschrieben Antwoch mit der Artikel auf die Welt er den Namen von ihm gesagt Alter ein Teil der dritte sind die haben in England das ist ein halber aber ich hätte ja auch bei der Gegenüber und so wie er hat aber wenn er nicht abliegt kommt halt an der vorbei und dies halt immer gut wenn du grünen hast deswegen war das nicht rot bei den Leuten ich fahre in diesem Fall in diesem Fall bin ich nicht mehr geworden und wird man ich bin ganz klar so ich war es um ganz schnell zu tankstellen da ist jeweils die Blüten nach doch noch gerecht wird es werden sie auch bekommen wir wollen aber dann wollen wir alle anderen sein seit er hat später noch mit der Akonomi bisschen Geduld jetzt auch mal jeder zu seiner Zeit wollen wir wieder da hallo alle so viel achten so viel zu tun jetzt müssen wir jetzt nicht Tarek wir gehen uns an den Ecken und die Erklärung der Formatoren an die Welt und die Erklärung der Erdenkennung ist nur so sie in den Siegarten die es ist die bestimmte Stoffen Schutzdruck irgendwer hat das nämlich da ist auch so ist es aufgehoben worden letztens ist er weiß ich nicht jedenfalls gibt es das nicht mehr wir können das nicht verwenden also müssen müsste unser Mensch schon gesagt drei lang wobei es sind es und ich bin diejenigen schweißen erhielt man sich das gar auch an den Weg die ganze Zeit rechnen ja die muss erst eingesungen werden und Profis müssen müssen wenn wir da und ich bin ein Teil des Wortes Prozent die Bööse die Stadten die das ist die 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 das die das ist er in der Welt naja wie gesagt hier hat man ein paar Jahre an den Denkern und freihändig so ja es ist schweizend chaotisch das aber gut entschuldige mich und ein Dachverhalt der Kontinu hat die Leute was sich vorhanden mit E-D-A-D-Mail ist an der Tankstelle wir machen die Welt hat Prozent Tankstelle mit ihm und gar nicht weiter als Sätze zurück was macht er da was macht er da jetzt wird sein hier ist totales Chaos Fahrt ihr seid alle Kaffee darauf er ist das hier nicht immer nach der Fälle noch mal zustande Marken Asim also der Dark Master hat die sämtliche Rechte in den innen um das ist in dem einen auswählten er hat noch schreit das Gericht an der 10 Prozent der Karte hat sich auch kriegen gerne du kannst auch kippen ja ich kann aber jetzt habe ich auch auf der Masse so hat jetzt bin ich auch eine Art von uns die Tanzstelle er sagt einfach wenn vorbeikommt mal ganz schnell wir haben noch eine Viertelstunde Zeit dann kommt allein gehen das heißt wir müssen uns jetzt stufen oh mein gott frage seid jetzt schon alles schon weg oder wo seid ihr gerade okay ich bin gerade erst auf der 20 rauf also vom bahnhof raus die fahren einer fährt richtig schnell hinter mir welche tanke deswegen fahr durch echt nicht direkt am bahnhof war eine eine rote das machen wir da heizt durch heizt durch heizt durch bitte bitte nein 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 die hohe das so okay ich falle so stark das ist so gut aber auch mal gescheit nur noch mal nicht so viel zu begleiten wer abwarten denn der sparte fern wieso sie hatten einen überholt so viel überholt so viel überholt eigentlich nicht schön wenn man nicht gern aber auch ab wie 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 auch ein weiteres war wohl aber ich habe mich nicht einfach mal in Frankfurt mit der Uwe aber auch gerade was ist so weil hier auch heute stellen er hat schon heute ab bei jeder preis haltestelle heißt es dort bei mir geht das sei mal sehr wieder in Berlin auch in Berlin ist es noch noch immer links oder ein Bedeutung hat er kann dann vorgesehen haben waren die Welt ja 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 Torin Köln Türen schließen in Berlin und müssen auch sonst würde er nach Elbe hat er hat er hat was er noch die Kürze auf der Stau der Städte 90 Zuschauer langsam lässt es nach aber auch noch tolle Spieler alle aber ich kann es verstehen dass man das ist ja nicht mehr ja auch schon die Bäume bitte da, mit in der Was sind Bäume? Bei mir ist das Wasser zur Zeit nicht so fassig für mich Warum? Wo sind Bäume? In der Hausnummer? Was ist da auf der Straße? Oh oh, was ist da auf der Straße? Oh oh, was ist da auf der Straße? Da ist ein Baum, what the fuck? Wurfenbaum Wurfenbaum Oh, da ist ein Baum Erklärt mir beinahe, wenn ich mit lachen Auf der Fahrbahn sind Bäume So wachsene Wolle aus der Straße Wir waren auf der Fahrbahn 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 Und den liegt ein auf der Seite Wie der Mann liegt Geschickt ihr Recht? Entschuldigung Oh, viel vor allem bleiben Bleiben auf der Schule Ich bin gefährlich Überholung der Spitzplatz Oder eine Weile bei Zurufe der Schreide Wachsene Weil es wirklich ist die Partie Mitleid Alle, Leute, Junge, 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 Junge Was machst du denn auch? Alle, ich hab' noch mal Oh, ich hab' noch mal Oh, ich hab' noch mal Ich hab' noch mal Oh, ich hab' noch mal Ich hab' noch mal Oh, jetzt kommt's raus, es ist alles aufgezeichnet Ja, nein Ja, nein Ja, eigentlich, eigentlich Ja, ja Das ist, von einem Das ist unglaublich Das ist nicht Das ist nicht Jemandemann mit Nordrhein-Defroblem Das ist nicht Von der Herbst Zuschauer So ist das Frage Ich werde nicht schieben, vielleicht noch ein Schieben Ja, ich fand nicht Noch nicht Wir sind in London Rame 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 Glauben Ja, das heißt, Job, Schulen, Hahahaha und dem Jobs hoffnungslöflicher Schuhe oder sozusagen. Na, na, na. Weil er mich ja irgendwas macht. Nein, das ist so ein Vorlauf. Ich bin gerade den Eltern. Ist das eigentlich? Oh, ich glaube da vorne gab es gerade einen Unfall, oder? Boah, da kommt ein Komplett. Ne, doch nicht. Schenk es nicht. Hey, bei uns gab es gerade keinen Unfall, was jetzt gerade geht. Bei mir ist das ja auch so ein Unfall, wo ich war. Aber ich bin die, ich bin die perfekte Hack-Absicherung. Also, ich habe dort auf Kampfsdruck gehört, im Alltag von einem Mann und Schleimheider. Bei einer Göttin ist es humano. In diesem Moment. In diesem Moment. Ich bin die in den Moment. Um, in den Moment. In diesem Moment. In diesem Moment. Tickets, dieano, das viele Mal, bei uns, oder? Da, dieler. Da, die Erdbeer und da, die Brust waren, Von dem Moment. Da, bei uns, oder? Prozent kurz davor in die Bäume auf der Fahrbahn Strecke und ich glaube ich habe das Problem durchfahren nur bei der Talzähne weil wenn ich das vielleicht auch noch umsüchtig und hatte Parkinson und hatte nur einen Hoden und dem also da kann man auch mal lachen das ist ein bisschen politik ich war erstaunt im Polen in Polen nein nein ich bin froh bei einer in in Polen passiert im Moment ja auch das was im dritten Reich passiert ist und das hat mich ehrlich gesagt schockiert ich weiß nicht wie Politik geht wie interessiert ihr da draußen seid wir halten es ja auch aus dem Kanal auch raus aber das ist wirklich ein Anliegen informiert euch da mal das ist merkwürdig was da passiert das habe ich auch gelesen zum Ende der jetzt in London so Jo Schicht Schicht Schüttel hier ist links zu werden so ist aber ein Gott da feiert jetzt eben so und wir werden dich ich merk's schon und sie an die Vorbeifahren zu müssen während ich gerade auch vereinspringen Autobahn haben Und wie schützt ihr euch vor Fakern beim Anschreiben? Wir haben auch jetzt nur eine E-Mail von Monty bekommen. Ja, bleiben Sie nicht stehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte fragen Sie weiter. Gibt es nichts zu sehen? Das ist natürlich ein bisschen wenig. Das ist natürlich die Tutanium Edition. Das ist natürlich ein Paket. Ansonsten reicht die E-Mail-Adresse. Happy New Year! Happy New Year ist direkt vor mir gespawnt. Ja, ist klar. Was machst du denn da? Was fällt dir ein, verdammt nochmal? Ich krieg die Krise gerade. Ja, 2018. Happy New Year ist alles in Ordnung. Jetzt ist er wieder weg, da ist er wieder weg. Das ist auch richtig so. Das ist 2018, der lebt in der Zukunft. Ehrlich jetzt, ehrlich. Oh mein Gott. Fahr weiter. Mann. Schieb dich rein. Siehst doch was hier los. Direkt neben mir auf der Fahrbahn gelandet. Wo sind die gerade? Wir sind gerade in London tatsächlich. Da sieht man auch die Welt. Wir haben in London angekommen. Ja, man nennt ihn auch den Penisturm. Hey, 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 hey. Nennt man so. Muss man zensieren. Wie? 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 Honey, Marjana, Ich brauche hier Muchas viele Möglichkeiten ansehen. Oh mein Gott hat mich an ник. Weil wenn bleibe ich keine觀眾 Look auf, ich lebe mir hier Sitzel, dass ich jetzt nicht bemerken habe, ihnen das forbid. bodiesitzel, da geht mir nicht gar nicht näher, wo das Boer We Mask glue zumindest auf und aber nicht irgendetwas. Das Ladekabel ist schon heiß gelaufen. Ach nein, nur auf den Höhen! Das ist doch lustig. Ja, solange es nicht brennt, also Schwelbrennen. Oh fuck, dass das wirklich so riesig werden würde, dass wir hier einen mega Stau... Ist das witzig. Kinder, was ist da los? Was nicht erwartet? So, wir fahren jetzt auf das Gelände von, wie heißt die Firma? Ich kann das nicht lesen. Was? Sunbillers? Das ist ja so witzig. Ich muss noch eine Stunde in Game-Zeit fahren. Der mit Abstand der witzigste Konvoi noch vor dem Fränken-Konvoi damals. Den konnten wir nicht mehr sagen, was machen wir? Ja, ich habe ja eine Spadervolle, aber was nicht? Ja, ich habe ja eine Spadervolle. Ich habe ja eine Spadervolle. Ich habe ja eine Spadervolle. Das ist lustig. Ich fahre jetzt rein nach Sunbillers, oder wie das heißt. Ja, mach das mal. Ja, mach das mal. Gilderlich, Flieche. Ja, da ist auch gut Platz, das ist gut. Genau. Aber mega geil, jetzt weiß ich was mit Bäume in der Fahrbahn weinen. Und alle hinterher. Es ist zu viel. Noch 6 Minuten. Ja, genau. Boah, wir sind aber echt gut im Zeitplan. Das muss man echt mal sagen. Und wir sind die Strecke nicht richtig abgefahren, oder? Ja, ok. Ja, ja. Bist du dir richtig abgefahren? Was heißt richtig abgefahren? Ja. Achso. Ne. Wir sind richtig gefahren. Positioniere mich mal direkt neben dir. Ja, ich fahr da jetzt nach hin. Bist du? Oder warte mal, eigentlich wäre es besser. Wir machen Endaufstellung. Oder mach erst deinen Trailer weg. Oh mein Gott. Stell mich jetzt mal so hin, und dann sollen die sich da in der Reihe aufstellen. Weil so ist besser. Da haben wir mehr Platz. Ne. Ja? Ja. Fahr mal an die Laderampe da dran. So. Wer ist eigentlich doch alles sonst zu PS drin? Ist das, ist das Wahnsinn? Ist das Wahnsinn? Ich sehe euch auf YouTube. Das kenne ich auch auf YouTube. Bis dahin forever. Und dieses Bild lassen wir jetzt mal drei Stunden drin. Wow, ich sehe das Zielflagge. Ich sehe die Zielflagge. Ich sehe die Zielflagge. Okay. Wie? 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 was man mich gonna wissen? Wie? 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 Und es kommen noch welche. Ach Jungs. Sound fehlt? Von welchem... Sound fehlt? Ne, okay, was? Ey, der Sound fehlt, oder? Ja, ich hab gerade Sterne. Ach du Scheiß, da haben wir gleich einen Falschfahrer. Das ist total wichtig. Ja, mach doch mal den ETS, oder? Das war der, das war der ETS. Das war nur um Topo 8. Du bist... Ich sah den Schnee, das war sehr schön. Oh Gott, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Okay, die Endaufstellung... Welche Endaufstellung? Wir machen gerade eine Endaufstellung. Wir machen immer alle nebeneinander. Da klappt die Startauf. Welches Spiel im Geländer? Seid ihr noch mal? Können wir den? Können wir uns? Ne, 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 Quatsch, ne, ne, Quatsch. Ja, aber das ist ein Durchpuss. Warte mal, was sind wir? Oh, ein Geruf im Sondergleichen. Ähm... Die brauchen wir, dass wir uns noch mehr... Einer hat sich hier quergestellt. Einfach... Ja, lustig, ha, ha, ha. Einfach den Schäler hier einfach... Happy New Year. Wir sind schneller einfach da gelassen. Das ist wieder der 2.08. Vermutlich nicht. Aber es sind nicht alle, oder? Okay, jetzt muss ich gleich irgendwo noch in diese Stadt reinkommen. Einfach... Ne, hier kommen noch welche. Bucht alle! Antwortet mit 3 Wörtern nach 30 Minuten. Die jetzt noch Ansprüche stellen. Wir müssen beantworten. Alles hier. Grüße aus meinem Zimmer. Ja, Grüße zu deinem Zimmer. So, jetzt... Sitzkommentarien. Wir probieren zwar der Lautstärke, ist das manchmal schwierig. Fabian, weißt du vielleicht... Oh, ich darf nicht viel. Eure Lautstärke. Wir zocken ganz am Ende manchmal. Wir haben den Ausschmeißer. Der hat nur noch 20 Tücher oder 10 Tücher. So, jetzt geht hier mal immer was ganz gefährliches. Dann kann der Fox-Sniper sich mal da wegstellen. Okay, es ist echt laut hier. Es ist sehr laut hier. Egal. Fass mich ja eben. Viel, viel laut. Warte mal. Hahaha, ist das flach. Hallo Ubu. Schreib jetzt mal in den Chat. Ich glaube, das ist nicht genug hier, ne? He? Wie lustig das hier ist. Guck mal. Guck mal. Ich stehe da irgendwie falsch. Ich reine mich noch mal an der andere Position ein. Boah, reine mich. Innen um das Areal, der Sand bilder sich die Gefahr von Örstehen durch Irretrofter, die sinnlos hooten. I can't, too much traffic. Ich komme endlich auf hier im Gelände drauf, ich komme endlich auf hier im Gelände drauf. Wow, gut. Ich kann auch einen Autogramm haben von euch. Ich kann euch auch ein Autogramm haben von euch. Ich komme mal ein bisschen weiter weg, das geht. Kностью queue ich mich doch was. Es ist so laut! Meine Füße sind schweiflich. Ich würde Ihnen sag fast, weil es mal jemand na! sind was schweblich. Ja, wenn du schon schweblich bist, dann ist schon Alarmstufe rot. Bitte alle aufhören zu rufen. Wir haben noch zwei Minuten Zeit, bis Line Gamer uns besucht. Können wir kurz nutzen, um noch mal die Aufstellung... Es ist so... Es ist so wahnsinnig. So ein Ding hier, geht einfach nicht rein in meinen Kopf. Und es wird immer voller. Ja, ich hab dir jetzt mal gesagt, da kommen noch welche. Ich hab jetzt aber schon mal geschrieben, dass wir verlassen. Also es wäre gerade hier, oder jetzt wahrscheinlich falsch, aber ist auch egal. Ne, ich hab jetzt gerade geschrieben, dass wir gleich abhauen. Der wird glaube ich böse. Ja, der hat wahrscheinlich das Problem, dass er jetzt nur drei Frames oder so hat. Ich meine, weil wir sind gerade auch in Anführungsstrichen nur 32, also das reicht zwar zum Spielen, aber das kommt ja auch immer aufs Internet an und viele Faktoren, ne. Ansgar kann ich dann beim Bausimulator mitspielen. Das große Problem ist, wenn wir das jetzt ein erlauben... Hey, gleich hier rauskommen, das ist kündig. Oh ja, genau, wir sollten alle gleichzeitig rausfahren. Und das kann nur eine kleine Anzahl rein, das lässt der Bausimulator zu. Das ist immer ETS... Line-Gamer ist da. Das heißt, es könnte sehr schwierig werden und ich glaube, das sollten wir lassen, aber ihr könnt hier gerne... Ja, Line-Gamer ist da. Hier ist jemand fast eingeschlafen durchs Hub, bis er wieder wacht. Ich kann ja wieder näher dran gehen. Durchs Hub, bis er wieder wacht. Wir können auch sterben. 22.30 Uhr, wir werden jetzt... Ich würd' sagen, wir gehen jetzt raus aus dem D-Faktoren-Helter. Lion-Gamer, Lion-Gamer. Und machen erstmal ne kurze Pause von... Kurze Umbaupause, würd' ich sagen, ne. Einfach nicht da. Hallo, Ansgar? Ja, Moment, ich möchte noch kurz ein paar Bilder machen. Ja, ja. Lass mich noch kurz ein paar Bilder machen. Ich hab... Wie viel Frames hab ich? 30. Na, 27, 26... Ich geh nochmal nach ganz oben. Seid ihr so weit, ihr leidet, dann seht ihr nicht rum? Ja, da. Ein Moment, ein Moment, ein Moment, wir holen uns den runter. Wir gehen gleich in die kurze Umbaupause und dann... Wir gehen gleich in die kurze Umbaupause und dann... Wir holen uns den runter, so. Jetzt gehen wir gleich sicherlich auch wieder los. Ähm, aber gut, danke, ich sag nochmal, danke euch. So, okay, ich würd' sagen, wir hauen jetzt ab aus dem New Trucks Monitor 2. Gehen kurz in den Pausescreen über. Wir sind gleich wieder da, ne. Wir haben ja noch was vorbereitet. Kannst du das abspielen? Das könnte ich jetzt... Genau. Moment, dann haben wir was viel, viel besseres. Das seht ihr jetzt gleich und wir beenden das Rufkonzert mal. So, Leute, ich glaub, der Kongo ist vorbei. Jo. Also, da war jetzt aber neulich vorbei. Ähm, und wir sehen... Da, ich... So, jetzt alle raus! Jo, raus, 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 raus. Jo, raus, los geht's. Wenn ich sehen würde, wo's rausgeht... Hab ich überlebt! Jo, wow. Also, ich hab auch überlebt. Warte, ich will mir eben das Video ansehen von denen. Ja, ich auch. Ich glaub, es war ein Wäldchen. Alter! Ich wollt grad sagen, ich bin noch immer... ... ... ...